Ich bin Tanja Hüberli und spiele Beachvolleyball. Ich bin Jason Joseph, Hürdenläufer. Ich bin Tabassi Aramani und ich bin Sprinterin. Ich bin David Graf, ABMX Race. Petra Klingleck, Sportfleckerin. Begleitet unser Training und in unserem Alltag. Wir reden über Ernährung, über Schuhe, über Körperkult und noch viel mehr. Die fünfteilige Sommerserie. Bist du bei? SRF Sport hautnah. Ab Donnerstag, 22 Uhr, SRF 2. Sommerserie.